Alter, ich brauche dein Rat. Was geht, Schlampe? Pink und ich haben ein paar Probleme. Ich glaube, ich habe es einfach nicht mehr drauf. Alter, du hattest es noch nie drauf. Oh, scheiße. Ich bin der krasseste Pussy-Magnet. Komm schon, ich brauche deine Hilfe. Nö, aber du kommst an bei Frauen. Kann dir nicht helfen. Bitte, Alter, ich lasse dich auch. Äh, darf ich dir ins Gesicht schlagen? Äh, okay, du darfst mir ins Gesicht schla... Die Katzen haben gesprochen. Erste Lektion, du musst die Frauen überraschen. Frauen lieben Überraschung. Pass genau auf, Überraschung. Okay, du bleibst hier. Ich zeig dir jetzt, wie ein flotter Dreier geht. Yeah, hier kommt der Milchmann. Okay, Schritt 2, Selbstvertrauen. Wenn du mit Mademoiselles redest, musst du total direkt sein. Sorry für mein schlechtes Französisch, aber ich möchte fickeln. Oh, Französisch ist so wundervoll. Was bedeutet es? Es bedeutet, ich will jetzt fickeln. Oh, okay. Oh, la, la. Ich stecke mein Eifeltum in deinen Trio. Oh, nein. Ich denke, ich habe für heute genug gesehen. Die letzte Lektion ist, du musst senft sein. Was soll das denn heißen? Das heißt, du brauchst einen sexy Hut. Ich denke nicht, dass ein sexy Hut damit was zu tun hat. Ist das ein Hut? Oh, ich bin so geil. Oh, mein Gott. Du bist so senft. Also, denk dran. Alles, was du tun musst, ist, sie zu überraschen, selbstsicher sein und eine coole Mütze haben. Gott verdammt. Okay. Pink, ich liebe dich! Du, was ist dein scheiß Problem? Die Kugel in meinem Körper. Wie lieb's? Das nächste Mal frag ich Lord Tourette. Weißt du, alles, was du wirklich brauchst, ist ein großer... Schwach! Ergibt Sinn.